hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar bin ich seit gestern in aachen beim thomas weinberg auf dem lehrgang und ja heute ist der zweite tag und ich nehme euch mal ein bisschen mit und zeige euch mal wie wir so reiten ich hoffe das wetter hält sich weil es heute nicht ganz so super ist aber wir schauen mal mit der espresso in deiner box ne isli hey hallo hast du schon so viel gekriegt heute ich habe ihn nicht so eng angeboten hat sich wieder selbst zu eng gezogen und alles aufgemacht hallo ich bin die anja ich bin die tante von der isa isa reitet hier ein lehrgang beim thomas weinberg am rande von aachen wir sind auf dem spring lehrgang der ist organisiert vom rei tv ich bin ganz glücklich dabei sein zu dürfen bin ganz begeistert und wollte euch mal zeigen was es hier so alles neues gibt der reitplatz ist mitten in einem kleinen tal gelegen auch hier alles 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind jetzt fertig für heute. Und ich konnte jetzt leider noch nicht so viel vom Fertigmachen filmen, weil ich irgendwie doch früher dran war. Und dann musste ich mich beeilen, weil die Tante war noch auf dem Zimmer und konnte nicht filmen. Und ja, ich versuche das dann morgen noch mit einem etwas längeren Video. Ja, was denn? So ihr Lieben, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr konntet so einen kleinen Eindruck bekommen, was sie heute so gemacht haben. Ich konnte ja leider nicht so viel filmen, aber morgen versuche ich nochmal mehr zu machen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Habe ich eben schon gesagt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.